Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenvideo. Wie gestern eigentlich versprochen, siehst du heute die ersten Sequenzen hier direkt aus dem Phantasialand. Wir sind hier gerade rein, sehr sehr cool, schon mal so eine Aufmachung, macht mega Spaß. Ich muss mich aber als erstes mal bei dir bedanken, denn mein Handy bimmelt die ganze Zeit. Das Wochenvideo ist vor zwei Stunden hochgegangen und jeder kommentiert, hallo oder hey, ich wollte nur einen Kommentar da lassen und so weiter. Super cool, freut mich mega, also werden wir das nächste Woche wieder zusammenbringen. Mega, mega cool, einfach irgendwas kommentieren, ich freue mich da drüber. So, und jetzt wird bis die Nachtbahn gefahren. Oh nein, das ist geil! Oh nein, das ist geil! Oh, ich glaube nicht. Jetzt bitte. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was ist das? Das ist geil! Wie geil ist das? Das ist so geil! Mein Nachbar hat sein Bügel ein wenig zu stark auf seine Weichteile gedrückt und der geht dann immer hoch. Mädels, was ist los? Was ist letztlos? Okay, machen wir mit. Fuck you, fuck you, fuck you! Boah, leckig! Leckig! Nein, Alter! Was? Ja, schau mal, ich spit in die! Alter, leckig! Ich hab schon was! Alter, schütte die Hölle! Leck, nur leck! Boah, leckig! Boah, leckig! Boah, leckig! Boah, leckig! Boah, leckig! Das ist cooler! Am Anfang? Ja! Das war absolute Hölle! Wie fandest du das? Gut! Sehr gut! Ich hab's gehascht! Könntest du dir eine Frage nochmal stellen, bitte? Wie du den Tag bis jetzt findest? Supercool! Superschön! Amazing! Gut oder schlecht? Sehr gut! Mega geil! Woa... Es gibt ja viele Wasserbahnen, wo bloß nass wird! Das war keine, da waren wir schon komplett. Unser Boot steht unter Wasser. Naja, das war nicht ganz so lustig. Alter. Bei mir gehts eigentlich noch, ich hab nur die ganze rechte Seite im Arsch. Tja, David hat alles in der Masse geschickt. Ich hab mich in der Masse versteckt. Ey, wir sind Glitznass. Schau mal mal an. Du musst einfach den größten und beidesten vorne hin. Oh, nee. Aufhört, 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 aufhört. Ernst, Alter. Bist du behindert? Alter. Alter. Alter, das kommt durch die Mitte. Was für ein Beschiss ist das? Nein, ich kann es nicht. Nein, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Das ist eine scheiß Idee. Ich glaube aber, es geht leider noch ein paar Mal runter. Ja, ich weiß schon Bescheid. Ja, ich weiß schon Bescheid. Er weiß schon was rum. Oh, nee, nicht rückwärts. Nein, 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 nein. Oh, nee, nein, 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 nein Oh, das war zu schön, ey. Oh, der war übel. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, Mann, Mann. Oh, Mann. Das ist ja... Oh nein, das ist ja... Das ist ja... Und zurück sind wir wieder. Mensch, was war das für ein geiler Tag gestern im Phantasialand. Kann ich voll empfehlen, das ist ein megaschön angelegt. Wir waren ja echt schon in vielen Freizeitparks, aber das war schön. Und die Attraktionen, die sind nicht so mega spektakulär, aber es macht einfach ultra Spaß. Also, war ein geiler Tag, ich hoffe, die Einblicke haben auch gefallen. Jetzt geht's weiter mit der Woche. Mal schauen, was uns da so erwartet. Oh, stopp. Tu flexig jetzt wahrscheinlich alter Warmpferder Christoph mit einer Klimaanlage hier durch die Tiefgarage. Nummer 1, es ist bummswarm. Es hat heute 38 Grad gehabt. Du kannst es wahrscheinlich an meiner fettigen Haut irgendwie erkennen. Ich bin am Schwitzen den ganzen Tag. Ich schwitze sowieso total leicht. Und nachts, wenn ich schwitze, kann ich nicht schlafen. Bei uns daheim, ich wohne im Erdgeschoss, da geht die Wärme nicht raus. Das heißt, nachts bin ich am Siffen ohne Ende. Es ist ekelhaft und ich schlafe scheiße. Deswegen habe ich jetzt dem George seine alte Klimaanlage abgekauft. Und heute Nacht wird kalt geschlafen. Yes! So, und schwupps ist auch schon Wochenende und ich bin in Düsseldorf. Ja, was mache ich jetzt in Düsseldorf? Erstmal kämpfe ich mich hier irgendwie durch das Afrika-Vertel scheint es mir. Also ich bin hier mit dem Zug angekommen und hier ist alles voll mit so Rasterläden und so. Richtig cool. Hier gibt es afrikanisches Essen. Hier kann man sich die Haare flechten lassen. Ordentlich was los hier. Ich suche jetzt mal ein Hotel und dann gibt es heute Abend ein Meet & Greet. Das habe ich ausgemacht ganz spontan, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Und morgen wird hier ein Blockerwalk stattfinden von Asus. Und für den bin ich gebucht. Asus hat mich angerufen, weil diese große Computerfirma da, die haben ein neues Telefon auf den Markt gebracht, was du ja in den letzten Wochenvideo schon gesehen hast. Und mit dem machen wir einen Blockerwalk durch Düsseldorf. Und am Abend ist noch eine Fashion Show. Cool, oder? Aber jetzt erst mal Hotel suchen. So, ich habe das Hotel gefunden und ich bin auch schon im Aufzug und das ist der Oberwahnsinn. Links, du stehst überall an. Das ist der kleinste Aufzug der ganzen Welt. Hinten da anstoßen, vorne anstoßen. Was ist denn da los, Alter? Jetzt war doch, da ging die Tür auf. Ey, das ist, jetzt dachte ich, dein Büro ist klein. Aber das ist ja die Hölle hier. Ach, raus da. Ja, eigentlich ganz schick hier. Wir sind im Business Hotel Wieland, heißt das Ganze. Ist eigentlich nur ein Einzelzimmer, hat aber hier ein Doppelbett, hat eine Klimaanlage, hat eine schicke Tapete. Das ist geil. Wir sind so Orient-Style, hat einen Schreibtisch, hat einen Kühlschrank und ein Bad, hoffe ich. Das ist schon ganz spannend. Ja. So, mit dem Kollegen hier hinten, habe ich mich jetzt gerade unterhalten, der malt dieses Haus hier einfach ab. Aber, der benutzt dazu halt nur einen Bleistift und so ein Stabilo-Dingens. Hi. Ich mach's nicht fertig. Ich blende dir einfach das Bild mal ein. Das ist der Oberhammer, der malt das einfach ohne Lineal, ohne alles. Und der sitzt da und malt das. Urban Skechers Düsseldorf, könnt ihr mal googeln. Sehr, sehr, sehr cool. So, wir sind jetzt hier gerade beim Abendessen. Mit dem Kevin, dem Andy, Marina war das, Werner war das und der Matze. Siehst du, ey, alle Namen gemerkt. Voll gut. Wir sitzen uns hier gemütlich beisammen und lassen den Abend schon ausklingen. Das macht Spaß. So, Meet & Greet war mega klasse, aber jetzt ist ja da auch noch so, keine Ahnung, die haben gerade Volkssession Düsseldorf und da ist Feuerwerk. Und das wollte ich mir eigentlich noch anschauen, aber ich war jetzt so müde, um da hinzulaufen. Deswegen habe ich jetzt hier die Drohne ausgepackt und fliege jetzt hier einfach schnell aus dem Fenster. Da. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ihr werdet es gleich sehen. Mein Herz klopft immer noch sehr stark. Das war sehr aufregend, wie du den Filmaufnahmen hoffentlich entnehmen kannst. Alter, was war da so? Also, sie ist noch ganz, sie lebt noch. Alles im grünen Bereich. Ein Propeller ist abgeflogen, den habe ich wieder hingebaut. Sie hat ein paar auf dem Propeller, ein paar so Schrammern jetzt von der Decke. Ich hoffe, das Hotel schaut meine Vlogs nicht. Aber, ey, wie krass ist das? Es wäre überhaupt kein Problem gewesen, durch dieses große Fenster rauszufliegen und wieder reinzufliegen. Das Ding ist, das hat hier innen irgendwie kein GPS-Signal und so. Aber normalerweise hat es in Räumen ja kein GPS-Signal. Ich würde verstehen, warum. Normalerweise soll es sich ja in Räumen austangieren. Auf jeden Fall hat es das nicht gemacht, sondern ich habe das Ding angemacht und dann war es schon mal schwierig, weil es die ganze Zeit hoch und runter ist. Und dann habe ich es einfach rausgeschickt und bin erst mal losgeflogen. So, und jetzt beim Reinkommen hat es das gleiche wieder gehabt. Ja, der ist hoch, runter. Ich konnte ihn einfach nicht sauber steuern. Wenn ich das Ding gerade hätte fliegen können, wäre es überhaupt kein Stress gewesen. Aber der hat sich die ganze Zeit, der ist automatisch hoch, runter, ist automatisch links, rechts und ich musste gegensteuern und ja richtig steuern auch noch. Also, ich habe ihn dann reingekommen und ich war einfach nur froh, wie er wieder hier am Fenster war. Und ich habe mir überlegt, fängst ihn schnell und dachte, nee, ich habe ihn ins Fenster rein, bevor der da irgendwie fünf Stockwerke runterkracht. Ja, und beim Reinfliegen war ich dann einfach so froh, dass er drin war. Und dann ist er kurz links ans Fenster und dann war er aber im Raum und ist komplett durchgedreht und ist an die Decke hoch. Und dann, ich habe es ja gesehen, an der Decke irgendwie lang gestillertet. Und jetzt ist er hier irgendwie runtergekommen und zum Glück ist der Wustbund aber weich. Also, es ist echt alles in Ordnung. Aber ich werde es morgen auch gleich mal probieren, ob das Ding noch fliegt. Aber es schaut gut aus, alles dran, nichts abgebrochen. Also, sehr robust. Ja, haben wir das auch mal erlebt. Also, ich bin sehr aufgeregt. Muss ich jetzt auch kein zweites Mal haben. Aber ich würde ihn schon gerne mal wieder drin irgendwo fliegen lassen. Falls einer weiß, woran das liegt, bitte mal in die Kommentare posten hier. Ich habe, ja, ich habe, okay, ich war im Flugmodus vielleicht. Also, das Handy war im Flugmodus. Ich hatte kein Netz, aber eigentlich darf das ja auch nichts ausmachen. Der hat ja Sensoren links und rechts, die waren auch alle an. Also, ich habe nichts ausgemacht, warum der so abgeht, wenn der kein GPS-Signal hat. Komisch. Also, wenn du eine Idee hast, schreib es gerne mal unten rein. So, der Schock von gestern ist so gut wie verdaut. Jetzt geht es ab auf den Blockerwalk von Asus. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich bin da alleine mit zehn Mädels unterwegs. Das hatte ich auch noch nie. Ja, aber es wird cool bestimmt. Ich versuche, dich ein bisschen mitzunehmen, zumindest ein paar Eindrücke mit aufzunehmen. Labern möchte ich da wahrscheinlich nicht so viel können. So, ich bin jetzt vor Ort und da sind halt echt nur Mädels. Das ist der absolute Oberhammer. Also, ich war schon bei vielen Fotoboxen dabei, aber ein Typ, der Kameramann. Sonst wäre ich komplett verloren unter, ich glaube, 15, 20 Mädels. Also, es wird interessant. So, Leute, wir sind jetzt hier auf diesem Fashion-Show-Areal und es ist leicht paradiesisch. Es ist alles und sonst. Alles. Das wird ein lustiger Tag. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier tatsächlich auf einer Modenschau. Ich war noch nie auf einer Modenschau vorher. Und ich wusste auch nicht, dass es jetzt schon vor Mittag oder vor dem Essen irgendwie ist. Deswegen habe ich meine komplett abgefuckte kurze Hose an. Sitze natürlich auch noch erste Reihe, das ist auch schön aufbild. Aber hey, das ist Fashion. Ich setze einfach neue Trends. Also, hier geht es gleich rund. Da irgendwo ist mein Platz. Das ist direkt die erste Reihe zwischen den ganzen Famous-People. Mal schauen. Ich war noch nie auf einer Modenschau. Geil. Das coolste habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Wir werden hier die ganze Zeit mit Autos von Lexus rumgefahren. Die haben hier eine ganze Flotte bereitgestellt. Hier überall kommen die Lexus-Autos. Und wir werden hier durch die ganze Stadt gutiert. Das ist richtig, richtig geil. Das eine Ding nach der anderen. So, Freunde, mittlerweile ist 21 Uhr. Wir warten auf die nächste Fashion-Show. Und wir sind gespannt. Wir sitzen mal wieder in der ersten Reihe. Ja, li, hallo. Wir waren gerade noch ein lecker Essen. Und haben wir draußen noch ein bisschen was getrunken und so weiter. Jetzt soll es gleich losgehen. Und was ist das? Für mein Wochenvideo. Ach, du machst immer Wochenvideo? Ja. Seid jetzt live dabei. Aber schau mal, was hier alles aufgefahren ist. So an... Da kommst du vor, hier bei der Tour des Frauss, Alter. Absoluter Oberwahnsinn. Ich habe ja gehofft, die werden alle wegen mir da. Aber kennt mich keiner. Ich bin noch schnell, dann können wir einfach wieder drauf. Ja, ich kann es noch nicht. So, und das schauen wir uns jetzt mal an. Kirmes heißt das hier. Ich kann nicht sagen. Ich brauchst so ein paar... Ja, schade, ne? Das war's. Gämmes. So. Einmal nach rechts winken, bitte. Tschüss. Ciao. Wir sind da drüben über die Brücke Kwanen und haben uns überlegt, wir könnten da drauf gehen. Jetzt sind wir einmal hier im Kreis Kwanen. Auf der sogenannten Parkplatz. Das hat einfach nicht sein sollen. Wir waren eine halbe Stunde neben dem Stau auch noch gestanden. Jetzt fahren wir heim. Naja. Aber war schön, die Kürmer es wenigstens mal gesehen zu haben, ja. So, Freunde, ich komme jetzt gerade vom Frühstück. Ich muss erst mal das Fenster aufmachen, weil hier stinkt es wie im Raubtierkäfig. Bevor das Ganze jetzt aber zu Ende geht, habe ich hier nochmal was. Das wollte ich schon so lange mal machen. Pass auf. Unpacking like Casey Neistat. Und zwar haben wir gestern ja überall Goodie-Bags und alles mögliche abgeräumt. Der absolute Wahnsinn, mit was die Firmen dort, diese Blocker, Influencer und alle Leute, die da dort sind, zu scheißen wirklich mit allem möglichen Zeugs. Das sind coole Sachen. Aber das packe ich jetzt mal für euch aus. Pass auf. Was du da alles geschenkt bekommst. Lele, ein Damenrasierer eigentlich. Ein PK, Schlüsselanhänger, Männermaske, Nagel, Nagellack brauche ich jetzt nicht, Nagelfeile auch nicht so, Getränkdingen, Fächer, Popcorn, Lufterfrischer, getrocknetes Obst, Kakao, Kokoswasser und so geht es hier weiter. Also komplett abgefahren. So sieht es aus. Ach, dann wird sich die Linnis freuen, wenn ich heimkomme. Obwohl, erst mal schaue ich, was ich brauchen kann. Jetzt ist aber das Ganze auch schon, wenn ich drehe mich, zu Ende. Denn das war der Tag gestern. Wie gesagt, hat mega Spaß gemacht. Wir waren da komplett Special-VIPer. Also, ich muss dir vorstellen, ich trottel in meiner zerrissenen H&M-Hose für 9€-Sitz bei der Fashion Show in der ersten Reihe. Kann man mal machen. Die haben sich wahrscheinlich alle gedacht, ey, was ist denn das für ein Typ, dass der sich sowas erlauben kann. Siehst du, so schafft man auch, dass über einen geredet wird. Jetzt geht es für mich heim. Ich fahre jetzt mit dem ICE direkt zurück, packe jetzt schnell mal einen Scheiß und schneide im Zug direkt das Wochenvideo. Ich würde mich freuen, wie immer, über den Daumen nach oben, über einen Kommentar. Ja, ja, genau. Auch wenn es wieder bloß ein Hallo ist. Aber irgendwas reinschreiben, dass ich weiß, ey, das hat jemand angeschaut und hat sich jemand irgendwie die Zeit genommen und sich da hingesetzt und mein Gebabbel irgendwie angehört. Das würde mich sehr freuen. Und natürlich, wenn du den Kanal abonnierst, weil dann bekommst du immer gleich automatisch das Update, wenn ein neues Video rauskommt. So, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Nächsten Montag beim nächsten Wochenvideo. Ach ja, morgen geht es nach Paris. Das ist dann im nächsten Film. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020